Ich finde das Land auch genial. Du kommst mit 50 Meter Höhe, musst natürlich die Ablenkung und ruhig machen, dann habe ich mich interessiert, ich weiß nicht, ich habe es so gehört. Aber ich finde es auch genial, du kannst einen Seck mit dem Dach, du machst den Mundgrabboden und ich finde, das ist 20 Meter, das ist das, wo ich sehe. Das Land ist genial. Aber du musst es richtig machen. Du machst genau noch Anleitung und Mechanisch die man zieht, das ist maximal lustig, der Charakteristisch, wenn du das mit dem Wagen zieht. Aber das ist, ja, guck, da ist der Halle und alles ist gut. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020